Meine Damen und Herren, mit dem EV-Plus-System erhöhen wir mit einer einzigen Batterieladung die gesicherte elektrische Reichweite eines Plug-in-Hybrids, basierend auf einem Mittelflasse-Fahrzeug, auf über 100 Kilometer. Um den Herausforderungen zu begegnen, die sich aus einer Vereinbarkeit von individueller und nachhaltiger Mobilität ergeben, müssen wir alle verfügbaren Hebel in Bewegung setzen. ZDF verfolgt dazu eine technologieoffene Weiterentwicklung von Antrieben und das mit Nachdruck. Unsere Ideen helfen aber auch dabei, die individuelle Mobilität im Pkw zu erhalten und gleichzeitig sauberer zu machen. ZDF steht klar hinter den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Mit dem richtigen Angebot an pragmatischen Lösungen, die nachhaltig und effizient, sicher und komfortabel und gleichermaßen verfügbar und erschwinglich sind, können heute mehr denn je die Weichen für eine Mobilität der Zukunft gestellt werden.